Hallo und herzlich willkommen. Ich bin notarka Gwentpartner und in diesem Video möchte ich euch meine Gun-Candic-Liste vorstellen. Gehen wir die mal von oben nach unten durch. Versuchte IS-GIFs ist die Anführerfähigkeit. Die ergibt später noch mal ganz viel Sinn. Fangen wir mal mit den ganz teuren Karten an und gehen mal langsam aber sicher runter. Wir haben Unisomantie, selbst erklärend die Wissende. Die Wissende ist eine neue Karte, die mit der Erweiterung dazugekommen ist. Die gibt der höchsten Einheit von der Base-Power her die Zähigkeit, dass sie in der nächsten Runde noch mal auf dem Feld bleibt. Ist der Start die Fähigkeit, ich habe es schon mal geschafft, mit der über 30 Punkte Carry-Over zu erzeugen. Einfach in allen Runden hat sie eine Einheit Carry-Over gegeben. In der ersten sich selbst, in der nächsten sich selbst gibt 30 Punkte oder in hochgebufften Gun-Candic-Liste. Die Hitzewelle ist auch quasi selbst erklärend. Es ist gut gegen Strategien, die ganz große Einheiten zerstören wollen. Oder sie kann Karten wie z.B. Nilfgaard-Ball oder Squirtel-Faint-Death zerstören. Ich-Water-Works kennt man sonst eher aus Wii-Listen. Da ist ich-Water-Works dafür da, die teuerste Einheit aus dem Deck zu holen, den Wii. Bei uns hatte ich-Water-Works mehrere Funktionen. Zum einen holte ich-Water-Works die Wissende raus aus dem Deck. Und ja, die Wissende, die Zähigkeit habe ich schon erklärt. Dann ich-Water-Works und die Wissende sind beides Relikte. Also erzeugt man damit die Doppel-Relikt-Pocket. Zwei Relikte, die nebeneinander liegen und zwischen die man dann später mal den Gang kennenlegen kann. So, Pedell, Necromantie, alles zur Combo. Dazu kommen wir später die Flüsserin, Brauerin und Weberin. Das Moom-Trio ist von Punkten von der Provision extrem gut, vor allem nachdem Buff der jetzt kam und sind alles Relikte, was auch sehr nützlich sein kann. Wir haben 6 Punkte plus Consum auf der Brauerin und dann eine 6 plus 4, 6 plus 6 auf dem später gespielten Weberin und Flüsterin. Das gibt im Schnitt 9 1 Drittel Punkte für 7 Provisionen. Ist auch noch ein Consum mit dabei, also gibt es eigentlich noch mal mehr Punkte. Und 6 Schaden. Können auch immer wieder echt gut sein. Dann haben wir das Brause-Paket. Was kann man da erwähnen? Thrive. Thrive ist echt stark. Vor allem die Mitten in den Seagelauern, die hochgewafft wurden, ist tatsächlich nicht so nerf, wie ich gedacht hatte. Das Thrive-Paket allein kann dir echt dabei helfen, die Zone 1 zu gewinnen. Sind extrem viele Punkte. Dann haben wir einen Hexenlehrling, auch mit Sabbat. Ja, sehr stark. Bean-Biest. Für 3 Provisionen weniger. Wilde Jagd-Reiter zum Ausdünnen. Schleimling, Baguist. Dazu kommen wir jetzt. Und zwar, wir haben hier die Haupt-Kombo. Gun-Ken. Nochmal ausspielen, nochmal ausspielen und immer größer werden lassen. Und das funktioniert folgendermaßen. Mit z.B. Waterparks und der Wissenden haben wir die Relikt-Borette, die zwei nebeneinanderliegenden Relikte. Dazwischen spielen wir dann Gun-Ken aus. Gun-Ken steigert sich auf 9 Punkte hoch. Und wir konsumieren Gun-Ken mit einer Einheit, die wir vielleicht schon vorbereitet haben. Dann spielen wir Necromantie oder Opfergabe, um Gun-Ken zurückzuholen. Opfergabe dafür sind die Früchte-Iss-Gifts echt gut. Kann man auch vorbereiten, indem man die Früchte-Iss-Gifts zuerst konsumiert, dann spawnt, dass die auf 1 rauskommen. Dieser zweite Gun-Ken, den wir aus dem Sündhof geholt haben, der hat leider den Status verdammt. Also müssen wir Purify mit dem Caretaker benutzen. Das läutern, das entfernt den verdammt Status und erlaubt uns, Gun-Ken nochmal und nochmal zu benutzen. Wir haben die ideale Kombo, bei der Gun-Ken auf echt viele Punkte kommen kann. Was am häufigsten ist, dass er bei 13 Punkten bleibt und dann können wir den Gun-Ken aus dem Friedhof zum Beispiel mit dem Ghoul verzehren. Gibt 14 Punkte also genauso stark wie Ausdruck und gern für so viel weniger Provisionen wäre das. Oder ich habe es auch mal geschafft, den Gun-Ken auf 17 Punkte zu bringen, aber braucht man schon ein bisschen Glück beim Ziehen, Glück beim Gegner, der nicht so viel kontrolliert. So, was solltet ihr beachten, wenn ihr das Deck spielt, die Rundenstrategie? Und zwar, um Torremover rumspielen, klar, kann man meistens unbedingt, vielleicht ein Schleimling nicht unbedingt auf 50 Punkte bringen, wenn ihr denkt, dass da irgendwas an Tor Punish kommen kann. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Sonde 1 versucht ihr mit dem Thrive-Paket zu gewinnen, baut ein bisschen Carryover auf, indem ihr die Wissenheit ausspielt für die Resilience, indem ihr Gun-Ken schon ein bisschen hoch bufft und dann habt ihr im Friedhof auch nochmal Punkte, die ihr in der späteren Sunde benutzen könnt. Sonde 2, da blutet man idealerweise, versucht da starke Karten aus dem Gegner rauszubekommen, versucht seinen Carryover weiter aufzubauen und Sonde 3 gewinnt man einfach. Ja, nee, damit es immer sein Carryover, sein Gun-Ken, der mega groß ist und die Vorteile, die ihr immer durchs Bluten allgemein bekommt, eine kürzere Sonde 3, klar, und die Wing-Con ist vielleicht schon draußen, wenn du Sonde 2 Glück gehabt hast. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Deck. Link dazu in der Beschreibung vom Video. Ansonsten macht's gut und vielleicht sehen wir uns auf Twitch. Ciao!